Ey, Leontien, du kriegst 200 Euro für jeden Salto, den du kannst. Nimmst du die Herausforderung an? Let's go. 3, 2, 1, let's go, Leontien. Let's go. Komm, direkt hintereinander. Oh, erster. Okay, die ersten 200 hat er schon. Zweiter, oh mein Gott, war der krass. Let's go, 200, 400 Euro hat er schon. Und? Wow, 600, oh mein Gott, toppelt. Ey, Leontien, komm her, das war so krass, dafür kriegst du alles. Nimm alles, Junge. Er ist zu krass, Leute, Junge, ey, oh mein Gott. Ey, hier, Leontien, das war so krass, hier, 1000 Euro für dich, weil du so krass bist. Leute, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob Leontien krass ist, ja oder nein. Ich finde schon.